Das sind die neuen Cractus Lucky Blocks und um die geht es heute in der Folge in Lucky Rush. Wir haben die Mitte plus 100 Cractus, da ist ein Cractus, das hier ist die Cractus Base mit dem K. Meine Wolle ist hier versteckt, so da unten und da oben kann man sie sehen. Alles hier so ein bisschen kompakt gehalten und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren und abonnieren, weil hier kommen jeden Tag tolle Lucky Block Livestreams und Videos. Ja, das hier ist ein Video und heute ist mein Gegner der Liebe, Chaos. Hallo, Chaos. Oh nein, ich bin aus der Welt gefallen. Nein. Okay, alles halb so wild. Ich habe hier den Cractus am Start und ich würde sagen, Chaos, es geht los in 3, 2, 1, jetzt. Bam, Cractus, zeig was du kannst. Er kann auf jeden Fall Cookies. Um ein bisschen was zu erzählen über den Cractus, das ist auf jeden Fall jemand, der sehr aktiv gerade in der Community ist von mir, der ist auf Discord aktiv, der ist auf dem Server aktiv. Da kann übrigens jeder drauf joinen, auch wenn er das Modpack nicht hat. Egal welche Version, ihr könnt auf luckycrew.de, warte, schreibt mal hier rein, luckycrew.de, bam. Damit könnt ihr auf den Server joinen und egal welche Version und könnt halt gucken, ich kann das nicht abbauen. Da gibt es ein paar Jump'n'Runs. Oh mein Gott, das ist die Maschine, die ich mir von ihm gewünscht habe. Effekt-Clearer. Oh Gott, ist wirklich laut. Oh, Chaos. Ich habe hier eine Struktur, das heißt, wenn du kommst und Effekte hast, kann ich dich damit immer clearen. Alter, hoffentlich geht die nicht kaputt. Richtig geil. Eine Struktur. Ja, ist eine Struktur. Eine Command-Block-Struktur. Oh, nice. Das ist gut. Ja, okay. Also, ähm, die weißen, ob es jetzt mehr lohnt, alle Blöcke auszuwerten oder in die Mitte zu gehen. Warum? Ich habe keine... Ich habe überall Steck. Ich habe jetzt Gold gekriegt, Alter. Crectus, gib mir mal was Gescheites hier jetzt. Ich komme auf jeden Fall nicht in die Mitte gerade. Ich habe kein Stuff dazu. Crectus, ich will Stuff. Ein Fake-Brunnen, schon wieder. Crectus. So. Oh, kleiner Fun-Fact. Crectus hat seine Katzen hier drin verewigt. Oh, Mann, warte mal. Ich mache mir kurz eine Workbench. So, mir reicht es jetzt. Ich kann nämlich nichts dafür... Crectus Steak isst mal sehr langsam. Und das Crectus Steak ist auch riesig, wenn ich mich nicht täusche. Oh, äh, ich habe es gegessen und nichts gekriegt. So, ja, ich kriege Blöcke. Hä, ich kriege einfach seine Katzen. Die haben das Clearer-Schwert, was... Moment. Oh, wenn du mich damit schlägst und mein Inventar gekriegt ist, dann bin ich extrem sauer. Das wäre richtig heftig. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich gucke jetzt mal, was ich... Kann ich denn damit was machen? Nee, ich kann es nicht auflösen oder sonst was. Wow. Wow, damit kann man einfach nichts machen. Aus dem Plus-100 kommt irgendwie die halbe Zeit nichts raus. Aus was? Aus dem Plus-100 kommt irgendwie selten was raus. Aus dem Plus-100 bist du in der Mitte? Ah, wir haben nur sehr viele Diamanten. Okay. Brauchen wir... Oh, was ist das? Ah, Iron Boots. Oh, nice. Oh, jetzt habe ich glaube ich was krasses. Der Wasserhelm. Die Macht des Wassers. Oh, okay. Ich habe den Wasserhelm, Chaos. So. Äh, jetzt habe ich die... Oh, der Weizenapfel. Die Macht des Weizenapfels. Was ist denn Weizenapfel? Ich verstehe das nicht. Da überlebe ich lieber einfach. Und ich habe Schuhe. Die Charlie Boots. Okay. Ah, warte mal. Die geben mir ein bisschen Rüstung. Aber das viel. Netastar. Ich habe Netastar gekriegt. Aber nutze ich jetzt mal nett zum Aufwerten. Ah, ja. Oh, das ist echt gut. Oh. Oh. Oh, so. Trotz schlechter Rüstung. Okay, das ist schon mal gut. Okay, dann habe ich hier noch Stuff, um das zu machen. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in die Mitte. Ich kann ja aus dem Zeug eh nichts craften. Baust du dich schon vor? Ne, ne? So, let's go. Ab in die Mitte. Halleluja. Boah. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ich glaube gerade, das wird noch was. Komm schon, 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 komm schon. Bam. Bam. Schaffe ich's. Schaffe ich's. Schaffe ich's. Ich habe da übrigens noch so ein Gesicht in meiner Hotbar. Ich weiß nicht, was das kann, aber ist halt ein Gesicht. Oh, schnell rüberbauen. Vielleicht kriege ich ja irgendwas aus der Mitte, was gut ist. Wer weiß. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich kriege es hin. Ich glaube einfach ganz fest daran. So. Und wisst ihr, woran ich auch glaube? Dass die Leute, die jetzt noch zuhören und noch nicht den Kanal abonniert haben, jetzt auf Abonnieren drücken. Da glaube ich. Oh mein Gott. Was ist? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich stecke ihn im Schnitzel fest. Chaos. Alter. Viel Spaß beim Essen. Das kann man nicht essen, ne? Doch, es dauert nur lang. Ich habe den Cactus-Helm. Hä, aber der macht mir keine Effekte. Cactus. Äh, Cactus meine ich. Hä, warum sage ich immer Cactus? Das ist nicht absichtlich. Und hier ist eine Chessblade, die mir Speed gibt und viele Herzchen. Und, oh, habe ich gerade gekriegt, Chaos. Pünktlich. Ah nein. Da brauchen wir Pfeile dazu. Ich dachte, das wäre ein OP-Bogen. Ich habe den Bogen dreimal. Was? Ja. Was? Bei mir passiert irgendwas. Ich weiß nicht was. Chaos. Oh, warte. Das ist dein Schnitzel. Oh. Hallo. Ich habe Auge. Hey, Alter. Ich blick's nicht. Huiuiui. Oh, ab. Wieder genug. Wie kann... Was passiert, wenn man das Schnitzel isst? Weißt du das? Äh, ja. Aber ihr lagt mir. Oh. Chaos. Stopp. Alter. Ich weiß nicht, ob ich das Clearer-Start ausprobieren soll. Soll ich? Nein. Das macht nix. Oh, warte mal. Das ist was bei dir? Diese Maschine? Ich glaube, die Maschine... Wir haben sowieso keine Effekte. Ich habe Effekte. Wie? Ah, warte mal. Warte mal, warte mal. Ah ja, es löscht immer die Effekte und macht sie wieder hin. Oh Gott. Oh, ich habe ja hier einen Schlag. Ah, ich mache es wieder aus. Oh Gott. Okay, mache ich Schaden? Nein. Gar nicht. Boah. Pektus, Alter. Warte. Oh Mann. Slash Kill. So, zack. Boah. Hä, Alter, warum fliegst du nicht runter, Mann? Ich weiß es. Ey. Wow. Boah, genau. Direkt die Wolle gefunden. Aber ich weiß, wo die Wolle ist. Wow. Wow. Also, wenn du zu mir kannst, dann hätte ich wohl längst schon meine Wolle finden können. Nee. So funktioniert das hier nicht. Oh, das macht gut Schwert. Oh, lol. Ein Bounce Sword? Das hat kein Schwert. Ich sehe irgendwie komisch aus. Kaktus. Kaktus. Aber ich muss sagen, ich finde sie irgendwie cool. Nicht so OP, aber... Ja, witzig, ne? Okay, jetzt muss ich erstmal dafür sagen. Was ist denn das? Eine Hose. Kaktus schmecken. Also, ich muss sagen, irgendwie dieses... Oh. Oh. Was hast du? Ich habe... Ne Cup-Nudel-Hose. Was? Was? Was ist denn? Was hast du denn? Ähm. 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 Die Leggings? Ja. Ähm. Oh, die ist besser. Is. Was? Was soll ich essen? Das, was ich dir gedroppt habe. Was hast du mir gedroppt? Kaktus zum Essen. Und jetzt? Davon habe ich einen Stack. Ja, und? Ah. Alter. Alter. Boah. Was für ein Schwert. Alter. Was ist das für ein Schwert? Oh, lol. Ich kann fliegen. Hä? Ja, Kaktus zum Essen. Lass fliegen. Ach so. Ja, weil der Effekt da nicht steht. Hä? Von mir steht da. Warte. Warte. Ich kann doch nicht gucken, wenn du auf mich einschlägst. Hältst du das Schwert aus wie ein Penis? Halt's mal hin. Oh nein. Ey. Ey. Ah. Boah. Dieser Moment, wenn Chaos nervt. Ich kriege das nicht down. Uh. Okay. Boah. Wo ist er? Ah, da. Ja, wo? Hä? Lol. Ich dachte, du bist runtergefallen. Warte mal kurz. Das ist... Ich habe noch irgendwelches Material. Was ist das hier? Wizard Master Material. Chaos! Verschwinde jetzt! Mach... Mach doch jetzt verschwindibus, Mann! Nein! Doch! Okay, was ist das schon wieder? Okay. Oh, nice! Okay, Chaos. Du wolltest es so? Du kriegst es so? Bam. 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 So. Also, deine Wolle ist weg. ja das ist schön für dich das freut mich sehr hilfe was ist da in deiner hand was in meiner hand ist lol ich krieg dich trotzdem mit da und aber hab dich runter geboxt alter kaktus gibt resistance 5 anscheinend und so stark ist resistance regeneration dass ich nicht stirb alter als ob ich habe illuminati rausgekriegt aber krektus ich muss hier bleiben ich habe keine blöcke um irgendwie was zu erreichen was ist das denn ein mikos was ist denn ein mikos oh nein ich hab die dingens maschine weg die clear machine die effekt clear machine hätte ich jetzt gebraucht oh ne die hätte ich jetzt tatsächlich gebraucht vielleicht krieg ich die ja nochmal was ist das da ne hose braun hat nochmal irgendwas was keine textur hat ich frag mich warum das keine textur hat ich frag mich was soll denn das jetzt krektus was hast du da programmiert lol ähm ist das wirklich illuminati schwert ja ja das ist das echte illuminati schwert äh ich hab keine resistance das macht das ist das echte illuminati schwert ich lüge net ich hab keine blöcke ich hab keine chance gerade so ähm ok 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 was ist mit meinem foff los jawohl das ist glück strage hier ist wo kommt chaos oh hi chaos hallo 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 Ach enterpall LooooooF hallo hallo Wo kommt Chaos? Lage checken hier, Lage checken hier. Oh, jawohl. Das war schlicht doch. Jawohl, Alter! Es war so klar, dass du da oben die Wolle nicht hinsetzt. Es war so klar. Das wird jetzt spannend, das wird jetzt spannend, weil ich hab nichts mehr zu essen. Die Frage ist, wo ist Chaos? Unsichtbar! Ah, ist der! Du Schlinge. Lol, das Riesending. Chaos, wo bist du? Ich hör dich. Da ist er. Da ist er, der Chaos. Verdammt, Alter! Ich seh dich nicht. Also ich weiß, wo du bist, aber krieg dich nicht. Lol. Hä, Alter, was hast du denn drin? Kaktus zum Essen. Ja, das Ding ist aber... Boah. 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 Ich muss jetzt... Boah. Huh. Ich muss jetzt kurz... Ich muss kurz racken, weil... Irgendwie lade ich mich nicht mehr auf. Und das ist scheiße. Deswegen musste ich das machen, sonst wär ich jetzt beim nächsten Hit, wär ich down gewesen. Ich hab... Ich hab... Oh, echt? Ja. Ich hab auch dir Schaden. Ja. Ja. Weil du unsichtbar bist, ist das bisschen doof, aber vielleicht kriegt ja auch noch... Lol. Puh. Was ist das? Wasserhelm. Ja, ja, ja. Komm. Nein, nein, nein. Boah. Nein. Er hat's geschafft. Boah. Nur weil du unsichtbar warst. Boah. Ich hab so Glück gehabt, dass ich das noch so mitgekriegt hab. GG. GG. Leute, ihr könnt jetzt auch noch hier auf dieses Video draufklicken und euch das reinziehen. Das ist auch auf jeden Fall wunderbar. Auch ein Lucky Block Video. Und dann würde ich einfach mal an der Stelle sagen, bis dann und tschüss. Ciao.